Das bekommt meine Seale. Oh, das tat gut. Und hinein kann ich den Tower auch. Ohne einen Raid King möchte mitspielen. Wir relyen nicht auf die Fortune-Tree. Was? Hat der gerade gestunnt und dann keinen Mana mehr für Ulti gehabt, weil er den Tower Last hinten findet? Das war das Behindertste, was ich je gesehen habe. Von einem fucking Divine-Spieler. Hier die RP an, aber Miracle läuft hier einfach aus. Schauen wir einmal auf die Vision. Oh Gott. Eure Ohren den Bass hören dürfen. Das war einiges an Space-Created. Vier Heroes hier die ganze Zeit. Die Smoken und Dandy benutzt die Ulti, sieht die Smoke und bekommt sogar Mugi hier in der Mitte, wird jetzt aber sterben am Poison. RIP Wurde denied Wurde denied von seinem... Oh mein Gott, nein. Oh nein. Ich komme nicht aus dem Showcase-View. Seht ihr es? Ich gehe auf andere Heroes und ich kann es nicht... Oh mein Gott. Dota, ich komme da nicht raus. Hier geht Zeus nicht weg. Ohhhh. Ohhhh. Wir laden kurz mal neu ins Game, Leute. Es tut mir leid. Auf jeden Fall wurde Zeus denied. Ihr habt es gesehen. Oh oh. Ich darf nicht sterben. Stunt ihn. Stunt ihn. Ich hole mir den Max. Guck mal wie schnell ich bin. Guck mal wie schnell ich bin. 1.040. 1.200. 1.200. Okay. 1.200. 3.4. 3.4. 1.2. Plus раз. 5.1.